Ich würde dem Kind nie etwas antun. Er seufzt, dann kamst du mir nicht vor, als würdest du das tun. Du kamst mir nicht vor, als würdest du das tun. Aber mein Vater wird jemanden finden, der es tut. Der ist hartnäckig. Er seufzt, aber es gibt einen Weg, ihn aufzuhalten. Er runzt es die Stirn. Es gibt eine Kräuterin drin bei den Ovatten des Goldenen Hains. Sie heißt Beda. Sie versammeln sich südöstlich von hier am Fluss. Sie könnte ein Gift mischen. Simak würde es erst merken, wenn es zu spät ist. Nur die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Warum geben wir das Kind nicht einfach ihren wahren Eltern zurück? Es ist kompliziert. Ein Kind, das zu einem anderen Stamm geschickt wird, um von ihm großgezogen zu werden, darf nicht zurückkehren. Würden wir erklären, dass wir sie vor meinem Vater schützen, würde das die Sache nur noch schlimmer machen. Für beide Stämme. Lass mich raten, wenn Simak stirbt, bist du der Thronfolger. So ist es nicht. Rio hat mir... Die Rio haben mir... Die Rio haben bereits bestimmt, dass meine See nicht stark genug ist. Wer auch immer meinem Vater folgen würde, ich bin es nicht. Ich soll deinen Vater ermorden? Nein, aber es ist besser, als ihm zu erlauben, dieses Kind zu ermorden. Es gibt einen einfachen Weg, Simak zu töten, weißt du? Seine Krieger hätten dich sofort umzingelt. Außerdem ist es am einfachsten, wenn es leise geschieht. Ich muss darüber nachdenken. Er blickt grimmig drein. Hoffentlich musst du nicht zu lange darüber nachdenken. Mit einem weiteren Blick in Richtung Simaks Kammer geht er Richtung Tür. Ich warte nicht, Estramok. Komm Welle an dich zu nahe. In einer Hinsicht bin ich der Sohn meines Vaters. Blutopfer Simok, der armer Pfad der drei Stoßzahl Steggier, führt seinen Stamm seit fast 200 Jahren an. Hat jedoch keinen Nachfahren hervorgebracht, dessen Sehne würdig wäre, sein Nachfolger zu werden. Simok hat mir seine Sorgen mitgeteilt, dass sein Stamm, der glanphantalischen Grenzen verteidigt, schwach werden könnte, wenn er keinen aggressiven Anführer besitzt. Allerdings hat er mir offenbart, dass er einen Weg gefunden hat, sein nächstes Kind mit einer stärkeren Seele zu versehen. Andernfalls Simok hat eine Tochter des Andernfalls der Fischer Karniche als Tierkind aufgenommen. Er hat mich gebeten, sie zur Hüterin Wirta von Ethik Noll zu bringen, für ein Ritual, das ihm ermöglicht, eine Resensz zu verzehren. Das Kind befindet sich in einem Haus am Fluss. Simok hat dafür gesorgt, dass es unbeaufsichtigt ist. Simok hat zugegeben, dass das Kind für das Ritual geopfert werden muss. Simoks Sohn Liras hat mich zu dem Plan seines Falles zur Rede gestellt. Er hat mich gebeten, stattdessen Simok zu vergiften. Ich kann vom Bläder ein passendes Gift beschaffen. Einer der Warten des Goldenen Heinz. Ja, wie ich die Quest am besten löse, ist eine andere Frage. Wie sieht es bei mir so aus? Leidenschaftlich und wohltätig 3, was gut ist. Schlau 2, rational, stoisch, ehrlich. Gut, aber immer noch kein Ruine für Hibarias. Hm. Glauben wir auch nicht, dass ich im blutigen Sand ein Ruin für Hibarias finde. Also ja, ich weiß, ich sollte nicht in den Mittagsfrost gehen. Ich sollte eigentlich auch nicht in Galloway in Schlund gehen. Weißt du, gewiss, was du da sagst? Ich hatte gehofft, die Opfer hätten nachgelassen. Nur deine Gressen wieder offen, sind versichert. Wir werden in der kommenden Jahreszeit viel Kriegsbemalung brauchen. Ich wünsche dir grüne Spuren, Estramor. Es gibt keine größere Ära, als für seinen Stamm zu sterben. Wenn manche in der Schlacht fallen, wie unterscheiden... Ja. Gehen wir doch mal hier rein. Ich glaube, hier können wir uns auch frei bewegen. Wir müssen aber, glaube ich, für Bärath oder Wagerath hier den Anführer töten. Ah, hier drin ist es auch dunkel. Bittsteller, die ältigen Knoll heißen, eure Gegenwart, willkommen. Am Knieß und dem Feuer, das die Höhle erleuchtet, steht ein regungsloser Zwerg. Bittsteller, euer Opfer, nährt das Land, tretet vor. Eine Rauchwolke weht um ihn und leckt am verkohnten Fleisch, das sich auf seinen Unterarm wölbt. Plötzlich beugen sie sich. Estramor, die Fäusten des Werkes sind festgeballt. Da ist gleich und kommt nicht hierher, um mit den Stämmen zu teilen. Was willst du? Was ist das für ein Ort? Blutiger Sand, der Zwerg, zufft aus seinem vernachigten Unterarm. Sein kehliges Seufzen mischt sich mit dem Knacken von Holz und Knochen hinter ihm. Wie schon gesagt, Estramor besuchen unsere Hallen selten. Die Glafantaner kennen diesen Ort als blutiger Sand. Wir kennen ihn als unsere Heimat. Die Ätti Knoll haben schon lange vor der Ankunft der Stämme in dieser Gegend und dieser Höhle gelebt. Garaus verschreckt die Arme. Sei gewahr, der Estramor. Wir bluten Leben, um es zu nähern. Unsere Opfer mögen dir ja barbarisch vorkommen, aber von ihnen hängt die Gesundheit dieses Landes ab. Und es gehört sich für Gäste nicht, ihre Gastgeber zu beleidigen. Erzähl mir etwas über die Ätti Knoll. Unser Ordn ist über Generationen gediehen. Bevor wir nach Zwillingsolm kamen, nährten unsere Bäuche die Lande der östlichen Gebirge. Und geben wir unser Blut für Erglandfahrt. Garaus öffnet seine Handflächen, über die sich Striemen roter Haut wie Flammen ziehen. Allem Endlichen bringen unsere Opfer einen neuen Beginn. Er schaut hoch. Wir unterstützen das Kommende. Erzähl mir über die Opfer. Garaus spreist seine stämmigen Beine und verschreckt die Unterarme. Estramor, alles muss sterben, um neu zurückzukehren. Über die Opfergebräuche geben wir Bittstern die Ehre, ihren Brüdern, ihrem Land, ihr kostbares Geschenk zurückzugeben. Der Zwerg hebt seine Faust, die vor roten Narben geschwollen und gefleckt ist. Das Blut gibt uns Kraft, selbst die Lafontaner hängen mittlerweile von der Blutfarbe ab. Dank der Opfer ihresgleichen strotzt sie vor der Schlacht, nur so vor Kraft. Auf Wiedersehen. Vergiss dich erst, Estramor, dass du in diesen Hallen Gast bist. Respektiere unsere Art, dann werden wir deine Gegenwart unter uns tolerieren. Ja, Hüter und Bittsteller. Mit Gewalt entrist eine Essenzbaggerin Kraft schenken. Freiwillig überlassen eine Essenz, aber stärkt viele. Also wer sich freiwillig opfert, der ist besser dran. Die Bittstellerin, die ist in zu großen Roben gehüllt. Ihre Haare sind fettig und sputzig. Eine glänzende Schicht aus Schweiß und Dreck bedeckt ihre Haut. Sie trägt die aufgekrollenen Züge einer Schwagerin. Und in dem großen, grinsenden Lächeln fehlen mehrere Zähne. Als du dich näherst, dreht sie sich langsam um und mustert dich von Kopf bis Fuß, wobei sie die ganze Zeit lächelt. Einen freudigen Tag wünsche ich, sagt sie. Obwohl sie aus einem erschöpften Körper kommt, klingt ihre Stimme kräftig und entspannt. Ich bin Nacka, Hebamme und Sagengüterin. Als ihre Augen auf Hirarias falsch liegt, schlägt sie aufgeregt die Hände vor den Mund zusammen. Und auch dir einen freudigen Tag, vielfarbiger Jäger. Du bist hier, um ein Bittgesuch zu stellen oder um Stärke zu erlangen. Die Varius ist sprachlos. Wieso siehst du meinen? Durch den Geruch, antwortet sie, angzwinkert. Der halbste Ägge ist in deinen Adern. Gendervain hat dir so viel geschenkt und doch trägst du ein Auge Wales. Er hat mir nichts geschenkt als Ächtung, ruft die Varius. Die Stimme halte durch die große Höhle und Blut schießt ihm ins Gesicht. Ich hätte meinen Stamm nützlich sein können, wenn meine Geistergesteite ein einfacher Fuchs oder Kranich gewesen wäre. Oh, mächtig oder nicht, mein Stamm verabscheucht den Herbst-Day-Gear. Für sie bin ich ein seelenverschlingendes Monster. Sprich nicht mit mir, als wäre ich ein Geschenk oder eine Gabe. Lass sie fortfahren. Verzeih das Gemüt meines Freundes, bitte. Wir möchten alles wissen, was du uns sagen kannst. Die Varius, ist das die Frau, die dich belästigt? Ich muss wehe tun. Nein. Sag uns, was du über den Herbst-Day-Gear weißt. Verzeih das Gemüt meines Freundes. Genervain würde dich nicht mit einem zweiten Ich beschenken, dass du dich wirklich brauchst. Wenn der Herbst-Day-Gear sich wie eine Krankheit einfühlt, betrachtest du es vielleicht von der falschen Seite. Genervain gibt dir die Werkzeuge an die Hand, die du zum Jagen brauchst. Er hat keinen Grund, seine Jäger unnötig zu belasten. Ich weiß immer noch nicht was. Die Varius zuckt mit den Schultern und kratzt sich am Kopf, wobei mehrere Milben und Mücken herabfallen. Muss ich irgendetwas tun, um mich von dieser Geistergestalt zu heilen? Heilen? Naka blickt die Varius verwundert an und wurbelt einige Halbworte. Mein Liebeskind, der Helps-Day-Gear ist die Heilung. Galerain hat dich mit dieser Gestalt gesegnet, damit du in Wiedervereinigung leben kannst. Sie breitet ihre Arme in einer auslandenden Geste aus, schreitet durch blutiger Sand und liest die Texte, die wir in Stein bewahrt haben. Sie werden dir sagen, was du wissen musst. Was meinst du damit, in Wiedervereinigung zu leben? Ihre Hände glätten über ihrem schwangeren Bauch, als sie dich mit leeren Augen anblickt. Du riechst Tivarius einen kurzen Augenblick, bevor du seine Hand spürst. Ich glaube nicht, dass sie uns noch weiter helfen kann. Lesen wir die Schriften, wie sie vorgeschlagen hat. Was sind das für Texte? Der Text an den Wänden. Ihre Gedanken kommen zu einem jenen Ende, als sie mit einem zufriedenen Seufzen ihre Hände über ihre Schultern gleiten lässt. Nach einem langen Augenblick scheint sie sich wieder an einem Gespräch zu erinnern. Das sind Meditationen zur Natur und zu Verlust, zur Stärke und zu Opfergaben. Dein Freund wird sie verstehen. Irgendwie bezweifle ich, dass Murmelt Hivarius hinter dir. Dann lebt wohl. Ja, wir haben was für Hivarius. Wir haben mit Naka gesprochen. Müstiger in blutenden Sand. Sie war zwar nicht vollständig bei klarem Verstand, doch sie schien auf übernatürliche Weise von Hivarius Geistergestalt zu wissen. Sie wusste zwar nur wenig über Hivarius Zustand, doch sie sagte, die Steintafel in würdiger Sand würde Dinge erhalten, die hier Hivarius erhellend finden würde. Mhm. Dann lesen wir Texte. Das Geschenk des Opfers verblendet Wulut. Wie Fleisch von vielen nährt sich das freiwillig erbrachte Opfer alle, die zu uns kommen. Mhm. Das Opferblut wässert den Boden von... Da sich Seelen in viele Teile auftrennen, ließ Hivarius die knaffatischen Runen mit dramatischer Begeisterung vor der Tafel ab, kommen viele Leben aus ein. Die wahrhaftige Macht stammt aus den Opferungen des Seelensplitters, um dem Mutterstein seine Stärke zurückzugeben. Hm. The many lives from one sounds familiar. I was taught that sometimes between death and rebirth a soul splits perfectly in two, creating two viable souls from one. Sounds strange. But it makes sense when you think about how the population has risen in generations. It's kind of a mathematical necessity that some process like this is happening. Hm. Der Teil mit kaum vielen Leben aus allem kommt mir bekannt vor. Man brachte mir bei, dass sich eine Seele zwischen Tod und Wiedergeburt manchmal makellos in zwei Teile spaltet, sodass zwei vollwertige Seelen aus einer entstehen. Es klingt seltsam, aber es ist einleuchtend, wenn man bedenkt, wie die Bevölkerung über die Generation hinweg angewachsen ist. Es ist eine mathematische Notwendigkeit, dass ein solcher Prozess vor sich geht. Äh, vielleicht hat der, vielleicht spielt der Herbst-Däger in diesem Stehenkreislauf eine wichtige Rolle. Entschuldigung, mein Herr, ich fresse ihre Seele gar nicht. Ich spiele nur eine umverzichtbare Rolle im natürlichen Kreislauf. Die Varias hat die Augen. Ich verstehe schon, auf was sie hinaus will, aber dadurch fühle ich mich auch nicht besser. Die Pilze, die auf Scheiße wachsen, haben auch eine wichtige Rolle im natürlichen Kreislauf. Aber deshalb möchte ich mich noch lange nicht in die Kackblüte verwandeln. In eine Kackblüte, okay. Ich kann einfach nicht die Angst ablegen, dass ich der Splitter bin und dass es bei der Bestimmung ist, in etwas Größeres hineingespeist zu werden. Die Varias starte ich mit aufgelösen Augenmäher einen Augenblick lang an. Mir Sorgen zu machen, wird mich wohl auch nicht weiterbringen. Lass uns die anderen Tafeln lesen. Hier ist keine Tafel, hier sind nur Schlafräume. Die schlafen auf Steinen, okay. Hallo Hüter, Bittsteller und Hüter. Keine Tafel hier. Nur eine Feuergrube. Diese vom Becken aufsteigende Hitze droht dir, dein Gesicht zu versengen. Nächste Tafel. Es hält sie im Inneren zum Nähren des Fleisches. Die Varias liest den glavataischen Text vor. Jede Generation von Amanphat muss sich zur Beurteilung dem Herbstbeest stellen. Die Varias hustet und Bagnum fährt fort. Die Weißen überstehen es und geben ihre Stärke weiter. Die Schwachen werden gefressen. Ihre Seelen werden in Stücke gerissen und gehen für immer verloren. Und stärken den Zirkel durch die Ausmerkung solcher Schwäche. Well, I guess maybe my tribe wasn't entirely wrong about my spirit form being some sort of soul terror. I suppose I was hoping to hear a different answer on the matter, but... So and then I was hoping to hear a different story. I didn't know what I was hoping to hear a different story, but... Vielen Dank.